In jedem von uns steckt dieses Grundbedürfnis zu wachsen. Doch Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Und oft umhüllt uns ein Mantel der Bequemlichkeit. Wir leben lieber unterturig, statt Gas zu geben. Anstrengungen sollen wo immer es geht vermieden werden. Dabei wünschen wir uns aber ein angenehmes Leben. Oft müssen wir allerdings kurzfristig Schmerz in Kauf nehmen, um langfristig Freude zu verschwören. Doch nichts ist spannender, als die eigenen Fähigkeiten und Qualitäten zu entdecken, zu kultivieren und sie auszureizen. Wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Grenzen? Und was will ich wirklich? Lege also klare Ziele fest und überlege, wie hoch der Preis dafür sein wird. Und wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen, dann bezahle ihn auch. Ohne Wenn und Aber, ohne Jammern. Du solltest wissen und musst akzeptieren, dass der Wind außerhalb der Komfortzone unangenehmer blasen wird, ja sogar rauer und gerstiger. Das aber kann und sollte dich nur zusätzlich stimulieren.